Liebe Vertreterinnen und Vertreter der Mühle Endlich wieder Sommertheater auf der Bautzner Ottenburg. Nach dem pandemiebedingten Ausfall im vergangenen Jahr kann jetzt Jubiläum gefeiert werden. Vom 24. Juni bis 8. August empfängt der 25. Bautzner Theatersommer wieder sein Publikum. Gespielt wird Sherlock Holmes, die Beatles-Spender von Lutz Hillmann. Der gut gelaunte Intendant begrüßte am Montagnachmittag die Medienvertreter und sein Ensemble präsentierte schon einmal ein paar Ausschnitte aus einem fröhlichen, schrillen und musikalischen Sommerspektakel in einer aufwendlichen Theaterkulisse. Halten Sie mal! Das ist ja ewig! Wir sollten Sie tauschen! Ja! Et voilà! Etwas länger als ich dachte, aber es hat funktioniert. Aber einmal frei nun. Tja! Die Liebe ist der Ding, der voller Gefühlsschwankung. Und alles, was gefühlvoll ist, steht der ruhigen und gesunden Vernunft entgegen. Wissen Sie was, was? Ich werde niemals heilern. Und wissen Sie auch warum? Weil ich Angst habe, mein klares Denken zu beschehen. Tickets für den 25. Bautzener Theatersommer gibt es an der Theaterkasse im SZ-Treffpunkt